Ja, es geht los, ich hab's gehört. Oh, tschau, meine Ritz-DVD! Die Hände sind doch sehr heiß, die Köln! Oh, danke! Was war die Ritz für die DVD? Was ist das für die, ne? Das ist dieser Wrestling-Podcast, wo ich zusammen wollte, die ihr da bezahlt hattet. Das ist die ganzen Jahresfolge. 70 Stunden Laufzeit! Das sind die Folgen der gesamten Jahre. Und die verschollene erste Folge. Von was denn nur? Das ist ein Wrestling-Podcast. Also mehr oder weniger Podcasts, die sprechen über Wrestling halt. Und jetzt was geschehen ist und so weiter. Jede Menge Quatsch zwischendurch. Mit Adventskalender? Ich weiß. Das eine Adventskalendertürchen hier, ähm, wenn der Fadi diese, ähm, Tannensapfen raucht, da das Ding. Das ist auch von Ritz. Das haben wir auch auf den Mist gewachsen. Ne, ich hab meine Mist. Ähm, und deswegen... Ich hab's nicht raushalten. Ich hab's nicht raushalten. Ich hab's nicht raushalten. Du kannst auch ausschalten! Ja.